Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was denn, willst du jetzt ausziehen? Wo ist Frieda? Sie kommt nicht zurück. Wenn du dich abhaust, ruf ich die Polizei. Ich hab Asperger, ich kann mich nicht ändern. Sucht euch doch ein anderes Mädchen, die es dann mit euch aushält. Viel Glück. Ein anderes Mädchen? Wir brauchen ein anderes Mädchen. Was redest du denn da? Sam mag Simon, Kochen und Lakritze. Sam mag keine Hunde, keinen Senf und keine Mathematik. Machst du Geräusche beim Sex? Was? Manchmal. Ja. Senf oder Ketchup? Ketchup oder Senf. Was magst du denn? Guck so attraktiv wie möglich. Was ist das? Deine neue Freundin. Man verliebt sich eher an jemanden, der sowas wie das genaue Gegenteil ist. Ich bin ein Idiot. Oh, tut mir leid. Alles in der Ordnung? Du musst meinen Bruder treffen. Er sagt, Gegensätze ziehen sich an und ihr beide seid Gegensätze. Ich heiße Jennifer. Ich mag Leute nicht anfassen. Guck, ist das nicht toll? Was machst du denn da? Du hast mich angefasst. Ich mag es nicht, dass man mich anfasst. Du hast mich angefangen. Untertitelung des ZDF, 2020